Ja, liebe Gemeinde, morgen steht die nächste Gemeinderatssitzung für den April an und wir werden nach langer, langer Zeit mal wieder in unseren Ratssaal zurückkehren. Um 18.30 Uhr geht es morgen los. Und wie gewöhnlich möchte ich Sie über die wesentlichen Tagesordnungspunkte kurz informieren. Wir starten mit zwei Tagesordnungspunkten aus dem Technischen Ausschuss. Dieser findet heute Abend nicht statt, sondern wir machen die Themen morgen im Gemeinderat. Dann das Thema Brückenbauwerke. Das Ingenieurbüro Rottenhöfer hat alle Brückenbauwerke hier in Nussloch angeschaut und wird morgen die Untersuchungen vorstellen. Sicherlich wird dann auch dadurch die ein oder andere Maßnahme für die Brücken entstehen. Dann ein schönes Projekt, das Thema Mitfahrbänke hier im Gemeindegebiet. Es gab mehrere Bürger, die sich hier zusammengeschlossen haben und ein Konzept erarbeitet haben. Das soll morgen vorgestellt werden und dann werden wir morgen auch entscheiden, wann wir mit diesen Mitfahrbänken hier in Nussloch starten. Thema Nummer sieben, Tagesordnungspunkt Nummer sieben, der Friedhof Nussloch. Auch das war schon öfters im Gemeinderat Thema. Wir haben nun noch mal eine Überarbeitung gemacht für das gärtnergepflegte Grabfeld. Auch das Thema Urnenwände, Urnenstähle kommt noch mal auf die Tagesordnung. Und eine zusätzliche Bestattungsform, nämlich die Bestattungsform am Baum, möchten wir einbringen und auch hier einen Vorschlag dem Gemeinderat vorlegen. Dann geht es um die Sanierung der Maxbergstraße. Nicht direkt um die Maxbergstraße an sich, sondern um die Bodenentsorgung. Sie wissen das vielleicht, in der Lichtenau sind derzeit drei Parkflächen belegt mit Bodenmaterial. Und morgen soll der Gemeinderat diese Entsorgung dann beschließen. Und dann sind wir auch im Tagesordnungspunkt 9 nochmal in der Lichtenau. Wir möchten hier die Beleuchtung verbessern, sodass die Angsträume rund um diese Parkplatzanlage dann ein bisschen minimiert werden können mit neuen Lampen. Die weiteren Tagesordnungspunkte können Sie sich gerne bei uns auf der App nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns morgen hoffentlich um 18.30 Uhr hier bei uns im Rathaus im Ratssaal. Bis dahin, schönen Tag noch.